Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisten Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Predator Hunting Grounds. Ja, ich wag mich mal wieder gegen das Wesen aus einer anderen Welt. Ja, okay, das wäre jetzt Alien gewesen, aber ist okay, ist okay. Und ich würde sagen, schnelles Spiel. Wir wollen natürlich gerne im Fireteam sein, das ist referiert bei mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich eine Lobby gefunden habe. Also dann, bis gleich. Ja, Freunde, da sind wir wieder und dann geht es jetzt gleich in ein paar Sekunden rein ins Game. Ich spiele zusammen mit vielen Konsoleros und ja, dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie es läuft. Ich bin heute mal, ah, wieder bei Nacht, na klar. Heute mit meinem Sturmsoldaten unterwegs und nicht mit meinem dicken Heavy. Und mal gucken, was ich damit erreichen kann. Na, da in den Roller geht's. Ab ins die dunkle, finstere Nacht. Wir haben einen dabei mit einem Raketenwerfer, okay. Ich bin mal gespannt, was das wird. So, erstmal matschen. Mal gucken, was für ein Predator wir heute als Gegenspieler haben. Oh. Wird schon geballert. Was ist denn da jetzt schon wieder los da? Erstmal Nachtsicht. Watt. Wupps. Wird schon geballert. Alles klar, können wir, ja. Dann machen wir mal weiter. Ja. So, Kinder. Auf der großen Spaß-Truppe. Okay, das ist schon kaputt gemacht worden. Das finde ich gut. So, genau. Oh. Na. Oh. Der Predator ist ja auch schon. Irgendwo. Blunzt da schon rum. Welche? Hier? Na. Genau, schön zusammenbleiben, Kinder. Und jetzt. Hättet euch doch da nicht auf. Was machst du dem Pferden, Mist? Ja. Messer kann ich mittlerweile auch. Ja, toll. Komm jetzt. Packen. Aber. Hab ich doch. Genau, ich würde schon gerade sagen. Da habe ich doch einen Laser gesehen. Ja, ist gut. Du kannst mit dem Messer umgehen. Ja. Ist in Ordnung. Wir haben es verstanden. Habt ihr stetigten Feinkontakt im Gebiet. Alarmiert alle Lager und bleibt in Kontakt. Die wissen, dass wir in der Nähe steilen. Geht in Deckung. Der Franker. Dieser Mann ist der Cheftechniker. Scheitet ihn aus und nehmt seine Schlüssel an euch. Ja. Wow. Cheftechniker? Also, wenn es Techniker sind, sehen die mehr aus wie irgendwelche ITler, die sich in Camouflage geschmissen haben. Das ist ein neuer Rekord. Das ist ein neuer Rekord. Der rechte Ort für ein Drogenlabor. Oh, oh. Da will jemand Alarm schlagen. Schaut ihn weg. Okay. Dann machen wir hier mal Kapuzi. Ah. Gehen wir mal schön weiter. Genau. Wow. Was war das? Wer war das? Gehen wir erst mal kurz Munition. Nichts Außergewöhnliches hier. Aber macht ein paar Fotos für die Unterlagen. Er hört man ihn doch. Wir haben alles. Fackel den Rest ab. Und sorg dafür, dass nichts übrig bleibt. Es darf nicht mehr zu retten sein. Erst mal matschen. So. Matschen ist wichtig. Ist gut für die Haut. Shit. Ja, die habe ich mitgegeben, Junge. Irgendwo da. Also in Nachtsicht sieht man den sogar recht gut. Die müssen hier bleiben, oder? Was ist mit dir los, Junge? Hand beobachten. Ah ja, jetzt macht er hier irgendwas. Schießt ein Luden drauf? Oder ist das ein Soundbug? Oh, immer schön zusammen. Leck mich doch. Sag mal, wie unfreundlich bist du denn? Alle auch keine Kraftausdrücke. Achso. Ich habe schon gedacht, dass Renate da rennt hier immer schön und spannt dem Gras neben mir her. Warte mal, ein bisschen Matsch. Alles klar. Dann verbrennen wir. Sollten aber trotzdem sehen, dass wir halbwegs zusammenbleiben. Oh, 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 oh. Und wir erbischt. Alter, verhauter da. Den Heli zerstören, alles klar. In den Po geschossen. So. Kaputt ist er. Kann er gerüstet sein, wie er will? Ach, jetzt ist er richtig put. Dann kommt noch wer. So. Jetzt frage ich mich aber so langsam, wo ist der Predator? Ist der irgendwie... Ah, der wird wahrscheinlich warten, bis wir zum Extrak... Ah, ich höre. Okay. Okay. Ja, hilf mal den Kollegen. Gut, dass du rechtzeitig hier warst. Jedenfalls nicht heute. Ich verblute hier. Ja, ja, ich komme schon, bin schon da. Wow. Oh, erste Hilfe ist eine gute Idee. Warte mal, ich kann noch ein bisschen Muni drauflegen. Komm, hier. Ups. Auch Granate. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Okay, dann sollten wir jetzt mal zum Abholpunkt gehen. Naja, lade nach, leckt mich, komm. Komm, komm, komm. Immer schön weiter. Naja, da kann man nicht hoch. Komm, außen rum. Okay, er hat sich schon mal geheilt. Das heißt, wir haben ihm schon ganz gut was gegeben. Okay. Komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Hört man was? Oh, oh. Nein. Och, bitte nicht jetzt. Oh, Mist. Ja, genau, mich erwischt er jetzt, oder? Hallo. Ihr hättet mich schon längst wieder aufstehen können. Scheiße. Oh, nee. Oh, Mist. Der fliegt jetzt hier in die Luft. Na, super. Lief ja mal richtig beschissen jetzt. Oh. Shit. Alle draufgegangen wie in der Scheiß-Explosion. So, und was lernen wir da draus? Ein Raketenwerfer bringt dir einen Scheiß. Da musst du ja dann so gut treffen. Da, ach, vergisst du es. Naja, alle tot. Einsatzteam tot. Predator tot. Okay, alles klar. Das lief ja ganz spitze jetzt da. Okay, Freunde. Aha. Naja, wenigstens. War es ein Level up? Nee, war kein Level up. Naja. Okay, wie habe ich ihn abgeschnitten? Oh, ja. Doch, komm, hier. Eigentlich ganz gut. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Ja, Freunde. Da sind wir wieder. Ab in die nächste Runde. Und ich hoffe, die läuft jetzt wieder besser. Also, in letzter Zeit nervt es. Einmal gewonnen. Einmal verloren. Ich will mal wieder Runden haben, wo ich zweimal gewinne. Und hoffentlich nicht zweimal verliere. Oh, schon wieder ein Nachhinein. Mann. Mann. Ich hasse Nacht. In Natura mag ich Nacht, aber in Spielen hasse ich Nacht. Jedenfalls in dem hier. Nicht ein außerirdisches Wesen jagen muss. Aber der andere ist ja auch super getarnt. Gerade in der Nacht sieht das richtig geil. Naja. Genau. Erstmal Machi-Machi machen. Wir geben euch zur Küste. Das Dorf liegt an den folgenden Koordinaten. So. Äh. Naja. Der kommt auch noch nach. Der braucht nur ein bisschen länger. Jetzt geht es noch. Jetzt können wir noch so ein bisschen. Ah. Bisschen Predator-Hush. Schön blau leuchtend. Na, wenn das nicht gesund ist. Oh, oh. Ich habe ihn noch gehört. Er ballert schon irgendwo rum. Okay. Wenn wir schießen dürfen, ist das schön. Na. Alter, kann ich nicht durch Wände schießen. Das ist irgendwie schade. Ach nein, wirklich? Bringt Sprengsätze an den markierten Booten an, bevor mit ihnen Drogen transportiert werden. Oh, oh. Ja, bleib schön stehen, damit ich die Kappa lang kann. Das ist okay. Shit. Oh, alter. Oh. Na, komm. Gehen wir zusammen weiter. Einschmieren-Team. Ja, ich schmiere. So, was für die Haut. Oh, ich bin jetzt nicht von dir. Ich schmiere. Wie wollt ihn jagen, ja? Na? Ich schmiere ein PMP-Schläger. In Arsch. Ich schmiere. und schon ausgelöst und wir müssen zusammen bleiben und jetzt bringen wir die mission zu ende ok warte 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 ich hab was ich hab was nehmt euch muni aufklärung hat mehrere vorräte an den folgenden koordinaten shit achtung Wir haben ihn wieder aufgestellt. Mein Matschimatsch lässt langsam nach. So, Kinder, was wollen wir jetzt machen? Ihr wollt ihn unbedingt jagen, ja? Ja, bestimmt klappt das. Ist immer gut für die Haut. Boah. Ja, wenn ich mal Matsch finden würde. Ich bin wieder der Einzige, der hier wieder keinen Matsch findet. Oh, Matsch. Neben einen Explosivfass. Das ist keine gute Idee. Das ist selten eine gute Idee. Okay. Wie wär's? Wir machen die Mission weiter. Erledigt die Mission. Zusammen bleiben, Feuertein. Engere Formation. Ja, wir arbeiten ja dran. Gut. Jetzt ist ein Duden lang. Ja, wird sich hoffentlich was bei gedacht haben. Platziert Sprengsätze und geht in Sicherheit. Okay, wir haben noch neun Minuten. Neuneinhalb Minuten knapp. Oh. Oh. Wie lange das so was dauert Schon wieder kein Matsch Ah Mist Ja würde ich ja gerne Hinter mir kommt einer Könntest du Oh Mann Jetzt bin ich nicht fertig gematscht Oder? So Wird reichen Man kann niemals zu viel Money haben Feuer Team Das war unsere gute Tat für heute Vergebt euch jetzt zur Extraktionsstelle Saubere Sache Jetzt auf zur Extraktionsstelle Okay Dann machen wir das auch so Wir machen wieder zu viel Lärm Ach da hinten Bleibt zusammen Lass ruhig den Typen den Alarm auslösen Dann geht der Predator Der Predator Hoffentlich dahin Und nicht irgendwo anders Ein optionales Ziel machen wir nicht Wir gehen alle schön jetzt weg nach Hause Okay Ihr kriegt nicht genug her Das muss optional sein Super Ja gut Oh shit Ich höre ihn schon Erstmal Matsch 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 Das ist unnötig Kostet nur Zeit Ressourcen Und meine Nerven Hier auch mal durch her Okay Kommen wir jetzt bitte nach Hause gehen Dann sitzen wir Bestimmt gleich wieder Auf dem Präsentierteller Ja klar Was auch sonst So Ich matsche Bisschen Matsch ist nicht verkehrt Oh das ist ja liebenswürzig Kann man immer brauchen Ja mitten im Wasser Und ist ok Und ist ok Und schon hier liebenswürdig Das war ein schöner Headshot Dann machen wir nochmal Gas Na komm jetzt Ok Ich hau ab Ich hau ab Mir reicht's Und Man muss nicht immer den Credit abwischen Geht auch ohne Ja Alle weg. Ja, da guckst du wie ein Auto nur nicht so schnell. Schön, schön, schön. Sogar mit Bonusmission. Okay, er war dann wohl doch nicht ganz so teuer. Zum Glück. Haben wir es wieder mal. 50% erfolgreich war. Level up. Und das Spiel sagt mir wieder, nein. Siehst du wieder nicht, was da freigeschalten wurde. Aha, super. Oh, ja, doch. Predator-Schaden. Kills. Ja, geht so. Und allgemeine Punktzahl. Ja, lässt sich sehen. Also, damit kann ich mich verabschieden für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.